Boah, Alter, was habe ich denn heute für Glück? Warum nicht auch mal Glück haben? Und ist dieses komische Appetit oder? Ne, was ist das? Ich habe keine Ahnung mehr, wie das heißt. Macht auf jeden Fall Appetit, wenn man das benutzt. 8000 habe ich jetzt schon von diesen Mobius Feuer, da habe ich noch nichts verbraucht. Gott sei Dank. Weiter schreien, weiter graben, 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 graben. Ich brauche nur Diamanten, die Reste... Warum grabe ich eigentlich? Oh, da habe ich irgendwas weggeschmissen, weil ich so viel aufgesammelt habe. Hä, wo sind die Diamanten? Wo sind die Diamanten? Hä, hä, hä? Die Samen brauchen wir jetzt gerade nicht weg damit. Aber wo sind... Hätte ich nicht Diamanten finden sollen, jetzt, wenn ich das so mache? Bin ich blind? Wo sind sie denn? Oder geht das Ding weiter als das andere? Scheinbar. Oh, da müssen da jetzt Diamanten drin sein. Oh Mann. Sechs, ich habe zwei Diamanten gekriegt. Das heißt, da sind noch welche. Oh, perfekt. Genauso wie viele, wie ich brauche. Ich stelle mal hier noch ein paar Fackeln auf, damit hier nicht so viele Creeper drin spawnen. Mal kommen, gepair die Diamanten jetzt noch. Das sind genau die, die ich hier noch brauche. Dann habe ich acht Stück. Ah, ich brauche ja neun. Ich brauche ja neun. Können wir jetzt hier wegschmeißen? Hier, das können wir schon mal wegschmeißen. Den Redstone würde ich theoretisch auch noch gerne mitnehmen. Kann man ja immer gebrauchen, man weiß ja nie, wofür der gut ist, ne? So, das Korn können wir wegschmeißen, ne? Aber Redstone, was ist da noch? Da liegt noch irgendein Zeug rum. Cobblestone weg. Silver, ja, das ist schon okay. Welche Richtung renne ich unter der Lagerl bin ich jetzt? Oh, nochmal. Achttausend, sehr gut. Bam. Und waren da noch Diamanten da drin? Ich habe irgendwas weggeschmissen. Ja, ich habe acht Diamanten. Das hatte ich vorher schon. Dann waren da schon mal keine Diamanten bei. Ich habe aber auch keine Fackeln mehr, ne? Kohle? Keine Kohle dabei. Ist das traurig, meine Damen und Herren. Ist das traurig. Ich werde sofort heulen. Gut, wir schmeißen noch ein bisschen Copper weg. Das liegt ja alles rum. Da liegt noch Eisen, glaube ich, rum. Kupfer wegschmeißen. Ja, drei Eisen. Der Rest interessiert mich, glaube ich, nicht. Und ich verkleide dich gerne noch. Ja, was können wir denn da wegmachen? Da haben wir ja nichts dabei, was wir wegschmeißen können. Was ist das hier? Covalence Task. Oh, zum reparieren. Wieso habe ich das denn dabei? Ich deb. Ich habe nichts zum wegschmeißen dabei. Dann gehe ich einfach. Tschüss. Komm hier, Coppa, 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 Cabana. So, wir müssen mal hier ein bisschen mit den Fackeln sparsamer haushalten. Hier hinten habe ich schon so wenig hingesetzt, ne? Ist egal, ob man sieht, wo man hinrennt. So, hier mal wieder eine Fackel hin. Es ist schön, dass hier die halbe Decke eingestürzt ist. Interessiert mich aber alles gar nicht. Ich will das Diamanten haben und die waren dann irgendwo. Oh, das ist Eisen. Pauz. Da sind die Diamanten. Ich weiß, unten liegt jetzt scheinbar noch mehr. Da muss ich mal nochmal hin oder alles abarbeiten. Das Eisen kann ich eigentlich noch mitnehmen, du. Hast du eh schon im Moment. Und jetzt grabe ich mich in die Lava. Oh, das kommt ein Creeper und sprengt mich weg. Hey, das wäre auch toll. Habe ich dafür noch Platz für das blaue Zeug? Nein. Tschüss. Kohle, auch gut. Tschüss. Tschüss. Okay, so. Das war schon, aber das Eisen nehmen wir noch mit. Hier sehe ich gar nichts mehr. Das ist gut. Ich könnte mir jetzt neue Fackeln machen, dann sehe ich wieder mehr. Alter, wenn ihr Mitleid mit mir habt, dann lasst mich in Ruhe sterben. So, hier ist noch ein bisschen Uran. Können wir das gerade mitnehmen? Oh, das ist Emerald. Wer weiß ja schon. Nehmen wir trotzdem mit. Das muss ich jetzt hier lassen. Hier, Cobblestone. Tschüss. Das in der Wand lassen wir mal drin, aber wir nehmen hier noch das Zeug mit. Das müsste Zinn sein. Zinn können wir, glaube ich, auch mitnehmen haben wir schon im Inventar. Ja, das ist gut. Komm mit. Dann machen wir auch den Weg wieder frei. Hier, auch da oben ist auch noch Zinn. Nehmen wir mit. Zinn brauchen wir noch. Wenn wir mal Kabel verlegen wollten, die nicht aus Kupfer sind, also Low Voltage Kabel. Da können wir das für gebrochen. Wer wissen will, was man damit macht, da kann sich die WG angucken in so fünf Tagen oder sowas werde ich das da auch brauchen. Da baue ich nämlich, ich kann schon mal wissen, spoilern. Da wird nämlich anstatt Solar, wie ich das hier geboren habe, baue ich da ein Wasserkraftwerk und das verbinde ich mit diesen Low Voltage Kabeln. Genau. So, Spoiler zu Ende. Wer es nicht hören wollte, bitte weghören. Äh, zu spät, ne? Das tut mir jetzt aber leid. Das tut mir wirklich leid. So. Ähm, jetzt haben wir das verwollt. Wir haben auf jeden Fall genug Diamanten. Ich weiß noch nicht mehr, aus welcher Richtung ich kam. Ich glaube, hier war das lang. Wie kann ich mir denn merken, dass ich da hinten auch was abarbeiten müsste? Wenn ich das sehe, denke ich mir, was ist, what the fuck, was machst du da? Egal, ich versuche mir das so zu merken. Das zeigt jetzt quasi in die Richtung, wo ich laufen will. Äh, ja. So, wie kommt man hier wieder rauf? Ich glaube, hier, genau. Ich muss wieso mal eine neue Video, aber da ist schon wieder dunkel draußen. Äh, 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 da ist noch alles da, das ist gut. Das ist ja hervorragend, dass das alles noch da ist, ne? Ich hänge ja fest, hänge fest, hänge fest, hänge fest. Dum, 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 oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Dabei habe ich irgendwas von der Uhr gefaselt, ne? Ich habe noch nicht drauf geguckt. Äh, ich höre schon wieder Spinnen. Ich habe kein Schwert dabei, aber eine Schippe und Axt. Ich habe schon noch ein Schwert, aber das habe ich schon hier irgendwo liegen. Wer weiß ja schon. Ab, ah, da kommt schon wieder mehr Spinnen. Schnell ins Bett, rein mit dir, Tür zu, gute Nacht. Gute Nacht, habe ich gesagt. Äh, ist schon der nächste Tag? Ah ja, man hört, das geht jetzt sterben. Wo die landen werden, aber es ist ja auch egal. Das weg und das weg und das weg und, ähm, gut. Jetzt brauchen wir einen Crafting-Table und machen uns noch mal einen Diamantenblock. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon gerade eingecraftet. Oder wir können nochmal Diamantenhose machen, ist auch toll. Ne, so einen Diamantenblock. Ähm, hör auf, hör auf. Hör doch auf. Das packen wir auch noch da rein und das auch. So, was wollte ich jetzt machen? Ich habe gesagt, ah ja, ich wollte, ähm, Crafting-Dings, wir wollen den Diamantenblock dahin packen. Äh, dann wollte ich auch noch um Obsidian, den ich glaube sieben Stück und oben Glas drauf. So, was ich dann erhalte, ist, jawoll, die Anti-Metal-Relay, so. Das Anti-Metal-Relay, relay, relay, das, ähm, verbrennt Items, könnte man sagen. Hm, kann man das so sagen? Kann man das? Kann man. Ich glaube schon. Das müssen wir jetzt nur anschließen. Was mit meinem System überhaupt nicht funktioniert, sehe ich gerade. Das funktioniert so überhaupt nicht. Da ist, da kommt Erde und Stone rein. Ich sehe, bis jetzt da nur Stone drin. Wieso ist da nie Erde reingekommen? Wo ist die Erde jetzt? Wieso ist die Erde da? Ach, Grün Erde, okay. Ja, das geht so nicht. Wenn ich die Leitung so liegen habe, wie sie jetzt gerade liegt, habe ich keine Chance, das irgendwie zu machen. Ich muss mal hier die Wand aufreißen. Ach ja. Ah, ist schön. Danke. Ich muss das hinterher zumachen, aber jetzt gerade mal, um zu gucken, muss ich das so machen. Okay. Ich habe also hier grün, da kommt Gravel und Sand rein. Und Flint und Glas. Interessant. Und Stone ist hier oben drin und Erde da. Und der Rest irgendwo verteilt, wie immer. Ah, hier so das ganze Zeug rein. Okay. Okay, was ich brauche, sind Iron Pipes. Habe ich noch Iron Pipes? Das sind Cobblestone Pipes. Hier sind noch Cobblestone Pipes drin. Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Wieso kann man das nicht? Ach so, es sind auf jeden Fall genug Cobblestone Pipes. Wenigstens das. Habe ich hier noch Iron Pipes. Stone, Waterproof, Cobblestone. Noch mehr Cobblestone Transport Pipes. Mein Gott. Ich dreh durch. Ich brauche auf jeden Fall Iron Transport Pipes. Iron, ich glaube schon. So, das heißt, ich brauche Iron. Iron habe ich irgendwo Iron. Hallo? Habe ich noch Eisen? Ja, ich verspreche, ich brauche noch mal Haus weiter. Keine Sorge. Das wird schon noch. Aber da können wir noch ein paar. Wunden, Cobblestone, Wunden, Tanks, Wunden. Was auch immer die da drin sollen. So. Auch nicht. Irone. So. Ähm. Irone. Sprich Iron. Sprich Eisen. Machen wir zu Iron Transport Pipes. Yeah. So. Die brauchen wir. Ähm. Okay, jetzt muss ich hier die Maschine umbauen. Was ziemlich schnell zu ziemlich... Warum nicht da? Achso. Weil es ziemlich schnell zu ziemlich viel Chaos führen wird. Ähm. Deswegen brauche ich erstmal die... Ähm. Wie mache ich das denn? Die Pipes verbinden sich ja sofort. Ah. Ist das doof. So habe ich das denn so gebaut. Ähm. Was die Iron Pipes machen ist. Da kommt, ähm... Die... Das Zeug rein. Und das Iron Pipe befüllt zuerst Inventare. Beziehungsweise Kisten. Wenn die Kiste voll ist. Dann... Den zweiten Weg. Ist das verständlich? Ich glaube schon, ne? Ähm. Genau. Das ist der Plan. Kann ich es überhaupt irgendwie verwenden, jetzt hier. Ich müsste die ein nach hinten rücken jeweils. Dass sie quasi hier runter kommen. Und dann müssten die mit Iron Pipes hier dran an der Kiste angeschlossen werden. Ungefähr so. Und ich brauche das für... Die vier Kisten also so. Und die dürfen, dürfen die sich verbinden. Na eigentlich nicht. Ah. Ist doch scheiße. Entschuldigung. So. Die dürfen sich nicht verbinden. Also da brennt sich halt nur Erde und Stein. Aber das ist sowieso am meisten. So. Das heißt, ich muss nur diese obere umsetzen. Ist nicht ganz so einfach. Habe ich Cobblestone da oben. Verbindet sich. Das ist schon mal gut. Wie ist die eingestellt? Erde grün. Cobblestone gelb. Soll das rauskommen? Nein, bleib stehen. So. Die Pipe brauche ich. Ja, jetzt läuft gerade alles hinten raus. Ist ja auch kein Problem. Kannst ja auch machen. So. Interessant, ne? Und jetzt kommt einfach wieder... Nein, ich muss da eine Pipe drunter setzen. Hallo? Kann ich da jetzt keine Pipe drunter setzen? Plopp. Der Rest geht in schwarz weiter. Und dann müssen wir einfach wieder... Oh Gott, was war jetzt was? Nein, nicht falsch laufen. Hier muss Erde rein. Also grün Erde, grün Erde, grün Erde. Und gelb... Oh Gott, das ist ganz falsch da. Komm raus da. Cobblestone. Gelb, Cobblestone. Gelb, Cobblestone. Gelb, Cobblestone. Zack. Entschuldigung. Jetzt wird es eigentlich keinen Sand mehr reinkommt. Der Sand gehört natürlich weiterhin in diese Kiste. Die kann man gerade per Hand da rein tun. Ist ja kein Problem. Okay. Das hätten wir geschafft. Jetzt befüllt diese Anlagen befüllen. Jetzt quasi die erstmal die Kisten. Richtig. 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 Und jetzt würde ich gerne, falls das nicht geht, hiermit geht es mit diesen Pipes oder kommt sich, ich muss doch gucken. Also dann lasse ich es einfach nach hinten raus leiten. Hinten raus ist ja völlig bescheuert eigentlich. Passt schon und dann kommt es hier an, glaube ich. So mache ich das. Kann ich nicht so anschließen, muss ich so anschließen.